Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, erscheint es uns schwer. Einen Vorsprung im Leben hat, wer anpackt, wo die anderen nur reden. Jetzt ist die Zeit anzupacken, denn Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Wir müssen nur verstehen, worauf es wirklich ankommt. Dass wir unser Bestes geben, dass wir dranbleiben und auch bei Herausforderungen zusammenhalten. So verschieden unsere Aufgaben auch sind, leisten wir alle einen wichtigen Beitrag und können gemeinsam gestalten, wie unsere Welt von morgen aussehen soll. Und das beginnt im ganz Kleinen, genau hier und jetzt. Also packen wir es wieder.